Wir sind heute in Wallis, im Aletschwald. Hier haben wir den Lado Albrecht getroffen. Unter anderem wollten wir wissen, ob Menschen vom Himmel oder von den Bäumen kommen. Nein, wir sind irgendwann entstanden im Verlauf der Schöpfungsgeschichte und so ganz genau weiss man das auch nicht, ob das mit Adam und Eva angefangen hat oder sonst irgendeine Art und Weise. Aber ich glaube, von den Bäumen sind wir ganz sicher nicht gekommen, obwohl diese Bäume schon viel länger auf der Welt sind, auf der Erde sind, als wir Menschen. Und ob wir jetzt vom Himmel gekommen sind, ob uns der Herr geschaffen hat oder nicht, das müsste wahrscheinlich jeder für sich entscheiden. Begegnungen zum Thema Wald. Aus der Sicht von King. Ein Projekt von Schutzengel Mai. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017